Das war für mich die schlimmste Nacht meines Lebens. Ich möchte eine solche nie wieder erleben. Wenn die Politiker im Westen sagen, das war ein Volksfest, dann kann ich verstehen. Aber ich hatte die Verantwortung. Das war ein ganzes Stalinallee. Das ist Stalinallee. Ja, das ist Stalinallee. Also jedenfalls damals glaubte ich, er sei ehrlich, er sei aufrichtig. Das war aus heutiger Sicht ein Irrtum. Und dann hat er gesagt, dass die Völker der Sowjetunion die DDR sozusagen als ihr Brudervolk betrachten und nach den Völkern der Sowjetunion sei ihm das Volk der DDR das Allerliebste. Dann habe ich weiter gefragt, steht ihr denn noch zu eurer Vaterschaft? Natürlich, Egon. Wenn du darauf anspielst, dass es zur deutschen Einheit kommt, die deutsche Einheit steht nicht auf der Tagesordnung. Für mich war ein bisschen riskiert. Und dann kam bei ihm zu stark. Und dann kam bei dir auch daran zu, weil du wartes Ego auswählen bist. dass es keine Stena gibt. Ich war als Generalsekretär, als wir uns behebten, und gesagt haben, dass ich das schon vorhin bin.